Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zum zweiten Kartoffeln im Sack Video. Heute mit einem kleinen Experiment und natürlich mit dabei der leere Blumerdesack, schon runter gekrempelt. Dann noch Sand. Das hier ist grobkörniger Sand. Was ich mir davon erhoffe, werde ich euch gleich näher erklären. Da hatte ich eine kleine Idee. Das hier ist Stroh, wobei das muss ich eigentlich nicht so sagen. Das sollte wirklich jeder kennen. Und dann hier noch etwas Blumerde. Zu den Saatkartoffeln. Das sind Kartoffeln der Sorte Belana. Das sind frühe Speisekartoffeln. Die waren hier im Eierkarton zum Vortreiben. Ist hier noch ausgetrieben. Nicht so stark wie ich mir erhofft habe, aber es liegt wohl an der Sorte. Und nochmal an der Stelle ein Dankeschön an Heiko von 1001 Gartentipp. Der hat mir die Kartoffeln zugesendet. Hier im Topf mit der Blumerde wird jetzt die Mischung angefertigt. Und ja, was erhoffe ich mir vom Sand. Also Wasser versickert in sandigem Untergrund sehr gut und schnell. Und Sand kann auch Wasser sehr schlecht speichern. Deswegen werde ich den unteren Teil von dem Sack damit befüllen. Später werde ich auf den Sand verzichten. Was erhoffe ich mir? Ich will Staunisse vermeiden. Ich möchte nicht, dass unten in dem Sack sich sehr viel Wasser ablagert. Daher mache ich auch noch ein bisschen Stroh dazu, dass es eine gute Durchlässigkeit hat, das Gemisch. Mit was ich dann später, wenn die Kartoffeln auskeimen und höher werden, das ganze auffüllen, weiß ich nicht. Aber das Gemisch hier ist jetzt auf jeden Fall mal die Basis für unten. Ich habe das Ganze gut vermengt und es sollte so glaube ich so ein Anteil von 30% Sand sein und 70% Erde. Den Stroh rechne ich jetzt mal nicht mit. Beim Befüllen beachte ich eigentlich nicht viel. Ich drücke das Ganze gut fest, damit hier keine Freihäume sind oder Hohlräume. Auch schön in die Ecken alles gut verteilen. Mal über den Sacken ein bisschen verschieben und dann passt es soweit. Da muss man nicht viel beachten. Noch eine Hand rein und den Rest mache ich dann gleich ohne Kamera. Ja, der Sack ist jetzt befüllt. Jetzt kommen die Kartoffel rein. Selbstverständlich setzt man sie mit Augen nach oben, also da wo die Triebe rauskommen. Das nennt man die Augen und es sollte eben nach oben zeigen. Bringt ja nichts, wenn es in die Erde zeigt. Da in der Erde kann es ja nicht wachsen. Die mache ich so zur Hälfte rein, manchmal auch drei Viertel. Drückst du gut fest. Denn wenn man das Ganze angießt, wird das Substrat sich auch noch ein klein wenig absenken. In den Sack kommen jetzt vier Kartoffeln rein. Das wird ein 70 Liter Sack. Und hier ist die kleinste Kartoffel, die zum Schluss. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt für den Ertrag. Ein bisschen festdrücken. Ja, man sieht, hier oben ist nicht so viel Stroh. Da habe ich noch ein bisschen Blumenerde und Sandhalle eben aufgefüllt, dass die guten Halt haben, die Kartoffeln und Gutwurzeln schlagen können. Jetzt gießt das Ganze noch an. Einen kleinen Trick beim Angießen. Ich habe es jetzt nicht geschafft die ganze Zeit. Aber wenn man die jetzt angießt und auf die Kartoffeln drauf gießt, dann verteilt sich das Wasser besser und das Substrat wird nicht so ganz aufgeschwemmt. Dann geht es eben um die Kartoffeln rum. Und zum Schluss, hier seht ihr jetzt den Sack. Da steht jetzt auch ein Treppenhaus. Ein Update vom ersten Video. Richtig schöne große Triebe haben wir hier. Sorte Erstling. Die werden jetzt dann aufgeschüttet. Und was mich aber verwundert, und natürlich hochgekrempelt dann beim Aufschütten. Was mich aber verwundert ist, die kamen zeitgleich rein, die zwei hier, und die haben noch keine Triebe. Weiß da jemand, was los ist? Warum die nicht treiben? Until then.